So, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Es gibt mal wieder ein neues Video und zwar diesmal eine Physiotherapie bei den Lupenblumen. Ich sehe mich in meiner Nase. Ich schmecke ziemlich nasal. Ich habe eine Allergie oder sonst was. Auf jeden Fall hat meine Nase durchgezogen. Also hoffe ich, dass er mich versteht. Ich bin zu Besuch heute bei Basti. Wir machen eine Behandlung. Was hast du genau vor? Wir kümmern uns eigentlich um deinen Beckenschiefstand. Kevin hat da extreme Probleme mit. Du trainierst dich auch regelmäßig schief. Kevin ist ja ein Athlet. Das muss man wirklich so sagen. Der ballert ja ganz gern mal. Also Kevin trainiert schwer. Funktioniert ja auch alles cool, aber einfach dadurch hat er oft verzogen den Körper einfach. Und das ist so eine Sache, die ich gerne mache. Ich mache das osteopathisch über den Kopf, den Beckenschiefstand korrigieren und das werde ich euch heute gerne mal zeigen. So, Becken ist immer die zentralste Struktur im Körper. Wird alles so nach oben, von oben und nach unten, nach unten und nach oben weitergegeben. So, wir gucken mal, wie Kevin Becken so steht. Das mache ich immer über die Füße. Das heißt, ohne Druck nehmen wir die mal zusammen. Und welches Bein ist dann länger? Das rechte, ne? Ja. Das rechte ist rausgeschoben. Ein bisschen Gewürztbeugel. Boah, der ist zu, ne? Ja, schon ziemlich. So, nochmal damit man es richtig sieht, ne? Also, wie gesagt, ja. Es ist jetzt bei der ohne druck ohne zug rechtes bein rausgeschoben linkes kürzer machen erst mal ein bisschen übergang frei von der halswirbelsäule zum becken vom kranium zum sacrum das heißt vom kopf zum kreuzbein gelenk bei der ganzen wandung geht es darum kevin über sein zentrales nervensystem zu korrigieren das hat jetzt erst mal nichts damit zu tun dagegen zu dem wie oft dehnst du dich dafür kevin tausendmal hat das jemals gebracht so nicht wirklich oder nicht auf dauer und das ist immer das problem der körper arbeitet nach gewissen hierarchien und es ist halt das zentrale nervensystem und die wichtigen strukturen sind der muskulatur und den knöchernen strukturen natürlich übergeordnet so hier oben sind die ansätze der muskulatur da reicht es ja überhaupt kämen schon aus wenn man mit relativ moderaten druck arbeitet das auch wirklich schmerzen tut auch weh das sieht genau das sind auch so wirklich kopfschmerzpunkte das ist dabei bei ganz vielen migränepatienten der fall wie gesagt ich mache das jetzt nur um die übertragung für die folgenden techniken zu optimieren so ein nächster muskul den wir behandeln ist der muskulus temporales der liegt hier oben ungefähr ist meiner meinung nach der wichtigste muskel der gegen muskel fürs becken hört sich mal ein bisschen komisch an am ende werdet ihr sehen was ich meine wir machen erstmal frei auch mit der klassischen ausstreiche technik und ein bisschen triggern man merkt auch immer eigentlich wenn man drüber geht wo die schmerzpunkte sind so würde ich auch niemand anders greifen würde ich immer kevin das voll jemand anders würde ich so einfach den kopf zerdrücken ja ja es ist echt das sieht das immer lustig für außenstehende sieht das immer so aus als würde man nichts machen oder wenig aber es ist echt wenn man weiß wo unangenehm das selbe machen auf der anderen seite natürlich auch noch hier ist auch noch ein muskel den wir behandeln können und noch wichtig kannst du differenzieren was unangenehm ist oder würdest du sagen schon fast beide also ich finde jetzt keinen großen unterschieden also ist oft so dass die leute wirklich einen großen unterschied kennen wir jetzt auch links mehr aber rechts ist auch nicht gut gut auf keinen fall wie gut ist es aber das kann von 1 bis 10 anders wird für gut so was wir noch machen was ich eigentlich bei fast allen athleten mache ist ein kieferbehandlung kiefer total unterschätzt man sagt dazu cmd also kranio mandibuliere dysfunktion und durch unseren kauapparat übertragen sich fast alle störfelder auf den körper ja mit kevin auch gleich merken haben wir noch gar nicht so oft gemacht bei dir das ist unangenehm was machen als wenn es nur die kaum muskulatur frei trotzdem können wir damit so eine optimierung des kiefers erreichen und was viele halt vergessen ist beim training ist es wirklich so dass man ja auch immer ja du wirst wahrscheinlich auch machen die zähne aufeinander beißt nach und dann überträgt sowas natürlich viel viel stärker als wenn man im alltag halt das nicht macht einer der bekanntesten bodybuilder der somit schon macht ist roman fritz wo sie alle mal runter warum trägt der mundschutz der mann ist gar nicht so dumm wird es von mir auch ein zukunftprodukt für geben da machen wir noch mal ein extra video zu aber das hat wirklich eine große berechtigung im sport viele verstehen es nicht und machen sich darüber lustig ja aber man wird gleich schon sehen wenn man nachher am kopf ein bisschen rum drückt mal leidenhaft gesagt was das von den normen aus becken haben kann versuch schön locker zu lassen ich weiß atme ruhig durch den mund ist alles gut bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Die nächste Technik ist für das Auge nicht so fassbar, ich mobilisiere ein bisschen die Schädelknochen. Das hört sich für die meisten wahrscheinlich ein bisschen skurril an, aber der Schädel ist ein beweglicher Knochen, es ist nicht so wie jetzt ein Kniegelenk, aber man kann da wirklich Bewegungen wahrnehmen und auch wirklich Einschränkungen spüren und kämen da eigentlich generell einen festen Schädel, würde ich sagen, aber trotzdem können wir dafür mobilisieren. Für die Therapeuten und so weiter, die sich dafür interessieren, Sachen die man nicht ideen kann, drückt man einfach zusammen und dadurch entgibt sich so eine Entspannung. Das hält man eine gewisse Zeit und lässt es dann wieder los und das kann man bei den einzelnen Schädelplatten ganz gut machen. Ist auch nicht unangenehm, das ist meistens was die Leute als angenehm empfehlen. Und da muss man auch wieder separieren, viele Osteopathen arbeiten dann mit sehr wenig Druck, das ist auch vollkommen okay, das ist aber beim 130 Kilo Bodybuilder ein bisschen anders, weil selbst am Kopf hat man halt mehr Muskeln. Allein vom Essen und vom Ding. Bodybuilder brauchen mehr Deckenmuskeln, weil wir kleine Gehirne haben. So, die nächste Technik bezieht sich so ein bisschen auf die Stellung von Kevins Nervensystem. Laut meiner Technik haben wir ja zwei Hemisphären, das heißt zwei Gehirnhelfen und ich sage, dass seine rechte Hemisphäre etwas nach vorne geneigt ist und deswegen ist das Bein rausgeschoben. Und diese Rotation und Neigung nach da korrigieren wir über einen Schädelknochen, das ist das Scaphoid. Okay, jetzt versuchen wir über das Scaphoid das ein bisschen zu korrigieren, das heißt wir bauen jetzt eine Verbindung auf mit der Hand und dann rotieren wir das in die Gegenseite zurück. Das sieht man nicht, jetzt denke ich auf Kamera, aber man wird es gleich am Becken merken. Die Techniken kann man wirklich länger halten, also wenn ich länger sage, meine ich so zwischen 3 und 5 Minuten. So haben wir die Technik jetzt ungefähr 3 Minuten gehalten. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie Kevins Beine aussehen, also wie die Beinmengdifferenz ist. Ja, komm ruhig mal ein bisschen runter. Ja, also wir nehmen wieder ohne Zug die Beine zusammen, dass die Kopf ein Loch hat oder sonst gleich gucken, Kevin. Ja, und eigentlich ist es danach immer perfekt, also man sieht auch, ich ziehe jetzt nirgendwo dran, ich lasse es einfach auflegen. Guck mal hoch, Kevin. Und du ziehst, ne? Ja. So ist perfekt, ne? So. Gucken wir noch einmal, wie Kevins Atlas steht. Ja. Das ist ja auch mal so ein bisschen Probleme mit, ne? Widerstand. Mach am besten die Augen zu, ne? Gib mir so ein bisschen Platz mit seinen Armen. Ja, genau. Ja, war schön, ne? Dann ist es gut, ne? Ja. Einmal hoch, so reicht's schon, super. Guck mal, ob das mit den Ohren so geht das? Ja. Gleich erklärt den Leuten noch, was du machst, weil es sieht mir schon komisch aus, für die meisten. So rutsche ich nicht mehr, ne? Guck. Ist es okay? Mhm. Okay, was wir machen, ist einfach eine Traktion der Wirbelsäule, wir ziehen die Wirbelsäule komplett auseinander. Passen uns noch ein bisschen als Therabot in den Atemrhythmus an. Kevin, wie ist das Gefühl für dich? Alles okay. Alles okay? Ja. Wenn er einatmen, ziehen wir ein bisschen mehr. Atmen noch ein bisschen genau, superschön. Genau. Und nochmal. So, jetzt hat er mal die Hinterplanung gesehen. Ist sowas komplett anders. Ich hoffe, das hat noch jemand bei der Schiefstadt korrigiert. Ne, macht doch fast keiner so, ne? Das ist ja eine sehr sanfte Technik, aber selbst bei so schweren Jungs wie Kevin, du fragst ja auch öfter nach, was machen. Das bringt immer extrem viel bei mir. Ich merke das im Training, dass ich gleichmäßig aus den Muskeln rausdrücke und dass die eine Seite nicht wieder hinterherhängt. Wie man es ja schon sagte, bei mir ist im Oberkörper ist die rechte Seite stärker und im Unterkörper sind beide Bereiche die linke Seite. Und das merke ich immer, dass das besser ausgeglichen ist. Das merkt man auch am Punkt dann, dass es zu beiden Seiten oder beiden Hälften auch gleich viel kommt. Und nicht in der linken Körperhälfte mehr als in der rechten Seite. Das hat immer ein scheiß Gefühl. Deswegen mache ich das sehr gerne. Und vor allem auch, um symmetrisch zu bleiben, dass die linke Seite möglichst auch gleich ausliegt ist wie die rechte Seite. Genau. Ich habe auch festgestellt, dass das gar nicht anders geht. Also was du ja viel machst, ist dann unilateral trainieren. Das machst du ja viel. Das machen ja alle, ne? Das ist so der Standard-Tipp. Nur also ich habe festgestellt, du kriegst es gar nicht hin, weil wenn du die Rundübung machst, also du sprichst Squatters und so, holst du immer da die Kraft raus, wo du besser bist. Das ist halt. Und wirklich über das Zentrale Nervensystem ist es wirklich mega gut zu korrigieren. Das ist wirklich das Beste. Ja, wie gesagt, das war es dann mit dem Video. Wenn ihr den Basti, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare rein. Und er hat auch einen YouTube-Shannel hier. Genau, jetzt ganz neu. Genau, den lende ich hier unten noch ein, damit ihr dann drauf könnt. Ansonsten auch über Instagram kontaktieren. Genau. Und ja, wer mich unterstützen möchte, kann das gerne mal Peak machen. Oder über Smilologs jetzt, wie ich letztes Mal schon erwähnt habe, im neuen Video, wenn ich gesagt habe, was Smilologs habt ihr auch die Klamotten an. Und gilt auch der gleiche Rabattcode, geht bei 10 für 10% auf alles. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.